Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Prill, der Chef, der am 30. August exklusiv hierzulande auf DVD und BUD erscheint. Wir durften den Film vorab schon sehen, es ist ein sehr besonderer Film, nicht nur, weil er vertrieben wird von Tiberius-Filmen, unsere kompetenten Vollprofis im Thema Qualitätsfilmen. Nein, es geht auch um einen Mann, den wir alle sehr gut kennen und mit wir meine ich nicht nur mich, hallo, ich bin der Stu, sondern auch den Dominik, hallo Dominik. Moinsen. Und den Max, grüß dich Max. Hallöchen Stu. Leute, wir haben Prill, der Chef, gesehen und werden jetzt eine kleine Review dazu machen. Bevor wir das aber machen, eine Frage werfen euch, möchte unseren Zuhörern kurz mehr erklären, worum geht es denn in Prill, der Chef? Ja, ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären, du hast ein Kammerspiel, praktisch. Ich meine, ihr kennt alle den Film The Guilty, ist so in etwa. Also, unsere Hauptfigur, Andi Prill, sitzt in einem Tonstudio und wird mehr oder weniger dabei beobachtet, während, ja, sagen wir mal hier, einige unvorhergesehene Probleme bei ihm auftauchen. Nämlich, er versucht irgendwie Redakteure für ein Podcast-Special zu finden und draußen tobt etwas, von dem er nicht so wirklich mitbekommt, was es ist. Das beeinflusst auch die Personen, mit denen er dann interagiert. Man sieht wirklich nur ihn, wie er interagiert mit seinen Redakteuren, unter anderem Stu, Dominik, Maximilian und auch Mo und Paul. Und, ja, das endet dann mehr oder weniger doch ein bisschen mysteriös und blutig. Mehr will ich dazu aber auch gar nicht sagen. Mit Betonung auf blutig zum Ende hin. Wobei ich sagen muss, also jetzt, das ist jetzt wieder so die gleiche Diskussion, wie jetzt bei The Suicide Squad. Ich finde, dass der Film zwar blutig ist, aber ich finde, mit seiner FSK-16-Freigabe geht der schon in Ordnung. Ja. Ja, 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 kann man machen. Also, was ich ja total spannend finde, ist, man kennt das ja, man sieht einen Film über irgendeinen Typen, über einen Feuerwehrmann oder Polizisten und man denkt sich, boah, das ist ja total spannend und aufregend, weil man selber kein Polizist oder Feuerwehrmann ist. So. Jetzt sieht man aber einen Film und denkt sich, warte mal, das habe ich ja genauso miterlebt, weil ich war ja die Stimme an einer anderen Leitung und denkt sich so, okay, das ist also das, was sie immer filmische Freiheit nennen. Und das fand ich sehr spannend, mal dabei zu sein und muss auch sagen, also, ich bin froh, dass mein Bewerbungsgespräch mit Stefan nicht so verlief, wie im Film gezeigt. Geht's euch da ähnlich? Ja, das bleibt schon im Gedächtnis, sagen wir es mal so. Wir wollen jetzt auch, glaube ich, nicht zu viel spoilern, aber es war mal interessant, so die Perspektive hinter dem anderen Mikrofon einzunehmen. Ich meine, was uns ja eigentlich nie so wirklich klar ist, ist mit, also ich meine, die Krake hat einen Kopf und da laufen praktisch alle Fäden an diesem Kopf zusammen und was dieser Kopf dann irgendwie alles leisten muss und welche Probleme dann irgendwie reinkommen. Also, ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ein Film über Planung eines Podcast-Specials so dermaßen, ja, dramatisch oder spannend sein kann. Aber ansonsten, filmische Freiheit, ja, finde ich wirklich zu Recht von dir ein bisschen angesprochen und kritisiert's du, beziehungsweise, was heißt kritisiert? Also, wenn's bei mir genauso gewesen wäre, wie das, was im Film über mich da erzählt wird, dann, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ja, das Ganze ist so an den Rändern leicht autobiografisch geprägt, hab ich den Eindruck, und zwar nicht nur im Hinblick auf Andi. An den Rändern leicht autobiografisch ist aber auch eine schöne Bestreibung für das, was in diesem Film passiert, wirklich. Ja, ich muss sagen, die Machart mochte ich ja tatsächlich, die hat mich ein bisschen auch an diesen Searching erinnert, dieser Film, der nur über den Desktop gehandhabt wird, ne? Ja, ja. Das funktioniert tatsächlich besser, als man dachte, also, ich weiß nicht, es gab doch auch hier vor ein paar Jahren hier Unknown User, hat der nicht auch so ähnlich funktioniert? Genau, aber Unknown User war halt wirklich mehr im Horrorbereich und Searching war dann eher in der Realität verorteter Thriller. Ja, und Brill, der Chef, ist jetzt auch mehr in der Realität, also Realität, wie gesagt, in Anführungszeichen, denn ich kenn Dominik, ich kenn Max, ich kenn vor allem auch mich, ich kenn viele der anderen Redakteure, die in diesem Film auftauchen und es war schon teilweise ein bisschen weird, wie mit denen da umgegangen wird, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allem, was sie für Konversationen, also ich weiß eh nicht, ich hoffe, dass da bald mal eine Ermittlung oder zumindest irgendwie eine Sammelklage angestoßen wird, weil wo zum Teufel haben die das ganze Material von uns her? Und die Sachen, die wir nie gesagt haben, also irgendwas läuft auch mit Deepfakes, habe ich das Gefühl. Naja, gut, okay, Stimmenimitatoren, also ich finde es zum Beispiel ziemlich toll, dass ich von David Nathan gesprochen werde, das ist so ziemlich das einzige Positive, was meine Figur irgendwie da hier so von sich gibt. Ansonsten bin ich ja ein ziemliches Arschloch in dem Film. Ach was, das dürfte, das kann man schon mal sagen, das ist wohl mit die hochfertigste Synchronisation, die wir je bei Tiberius gehört haben, allein schon durch David Nathan und Udo Schenk war auch mal ganz kurz zu hören. Ja toll, ich bin dafür so, wie der Typ, wenn ihr mir Blübchen spricht, das ist, vielen Dank. Weiß nicht, hast du den Film irgendwie unfreiwillig mitsynchronisiert über deine Daten oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Es ist unheimlich. Man sollte halt dazu sagen, dass die Produzenten im Vorfeld nicht auf uns zugekommen sind. Gar nicht. Gar nicht und ich weiß auch gar nicht, inwieweit Chef da involviert ist, denn das sollte man ganz klar sagen, das ist auch ein bisschen so, ja, eine kleine Täuschung auf dem, Cover, der DVD, sieht man halt Andreas Brill, aber im fertigen Film ist es natürlich ein Schauspieler und ich weiß jetzt nicht, inwieweit Andreas oder unser Chef Andi, wir nennen ihn halt immer liebevoll Chef Andi, ja, oder Deppen Andi, je nachdem, wie wir drauf sind, ob der auch wirklich so weit daran involviert ist. Ich meine, ich fand es ganz schön, dass wir uns den Film im Vorfeld zur Verfügung gestellt haben, aber okay, lass uns nochmal über den Film an sich reden, bitte. Ja. Der wirklich komplett reduziert ist, es gibt, glaube ich, kaum Musik, deswegen fand ich es auch ein bisschen seltsam, dass im Abspann stand Musik bei Lasse, das war ein bisschen sehr seltsam. Der Schnitt ist auch sehr sporadisch, also man kann sagen, der Film wurde geschnitten wie die Telechaptisch-Podcast. Ja, im Abspann stand sogar tatsächlich Andi Papelitzki, also Andi-Jolanda Papelitzki stand im Abspann, glaube ich. Also der Film ist, vom technischen Aspekt ist der ausreichend, um es nicht zu beschreiben. Ja, es ist halt sehr sparsam, also man merkt auch, die hatten nicht viel Zeit und nicht viel Geld. Cam-Look würde ich es auch nennen. Und wie gesagt, ich frage mich immer noch, wie die das alles ohne unser Zutun oder auch nur den Hauch von Input so umgesetzt haben, aber ja, die Anzeige geht nachher raus auf jeden Fall. Ich meine, ich vermute, es ist nicht irgendjemand jetzt von den Neuankömmlingen, findet ihr das nicht irgendwie komisch? Da sind jetzt vor kurzem recht viele neue Redakteure irgendwie mit dazugekommen. Vielleicht ist da einer von denen ein Spion von Tiberius. Oder aber es sind keine Spione und der Spion ist einer, der schon seit langer, langer Zeit dabei ist und jetzt versucht, den Verdacht auf die Neuen zu lenken. Vielleicht sind es die Spoilbergs. Wer weiß. Den traue ich alles zu. Okay, ich hätte einen Vorschlag zu machen, und zwar, dass wir jetzt mal ein Fazit fällen und danach noch einen kleinen Spoiler-Part reinbringen, wenn das für euch okay ist. Okay, bin ich klar. Da machen wir jetzt ein Fazit und wir vergeben heute mit Gelee gefüllte Muffins. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann guckt euch den Film an. Ich fand den in seiner Reduktion, ich fange einfach mal an, fand ich den schon ganz nett. Wie Max schon sagte, toller Voice-Cast, aber da ich ja da irgendwie mit drin bin, war das schon sehr seltsam. Also für mich war das halt kein Film, den ich mich so hingeben konnte, sondern ich dachte mir die ganze Zeit so, was soll das, was soll das? Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Film auf Leute wirkt, die nicht Teil des Teleschabstücks sind. Deswegen vergebe ich erstmal nur zwei von fünf mit Gelee gefüllten Muffins. Dominik, du bitte. Ja, ich bin ein bisschen eitler, ist halt auch irgendwie geil, uns mal, ich meine gut, auf der großen Leinwand wird das Ding ja eh nicht laufen, sondern nur Direct-to-DVD und wird wahrscheinlich auch in der untersten Schublade verschwinden. virtuellen Schublade, aber ja, also handwerklich war es doch so an der Grenze zum anschaubaren Schauspielerisch war es sogar fast sowas wie okay, ja, 2,5 gebe ich. Aber wie gesagt, also ich glaube, den Prozess, den das Ganze nach sich ziehen wird und wir werden dann, glaube ich, auch darüber nochmal eine Doku produzieren, die wird wahrscheinlich interessanter als er eigentlich findet. Ja, ich schließe mich da ein bisschen mehr Stu an. Ich finde es für Tiberius, ja, also für einen Tiberius-Film ist es schon eher im besseren Bereich anzusiedeln, liegt aber tatsächlich wahrscheinlich eher an der Synchronisation. Der Film an sich hat sehr viele, ja, keine Ahnung, wie ein Kaninchen, dem man ein Bein bricht. Das kann dann auch nicht mehr vernünftig nach links oder rechts springen und so springt die Story auch ein bisschen hin und her. Von dem her, ich wäre jetzt eher bei eineinhalb bis zwei gewesen, eben auch, weil ich mir denke, wen soll das interessieren außer uns? Von dem her, gut, ja, ich bleib mal dabei. Vielen Dank. Wie gesagt, ihr könnt den Film ab dem 30. August als VOD oder auch als DVD sehen, kommt von Tiberius. Und jetzt reden wir nochmal zwei, drei Minuten über so ein paar einzelne Szenen. Ich will ehrlich sein, natürlich, ich habe mich mit dem Max auch schon mal zerstritten, ja, klar, aber das hat man dann wieder ein gepflegtes Gespräch unter Männern oder unter vier Augen und dann war gut. Aber ich fand, der Max, der in dem Film repräsentiert wurde, selbst wenn er von David Nathan gesprochen wird, was für ein verficktes Psychofrack war das denn bitte? Also spätestens da, als Air-Chef Andi sagt, dass er gleich zu ihm nach Hause fährt und seine Familie umbringt, dachte ich mir irgendwas, das ist nicht der Max, den ich kenne. Da fand ich es auch ein bisschen, da ist das Genre mit dem Film durchgegangen, oder? Ja, da hat das Ganze irgendwie dann auch relativ schnell das Reich der Fantasie betreten an einer Stelle, fand ich. Also ich fand auch diese Rückblende, die zeigt, wie Max wirklich zum Telestammtisch gekommen ist, auch dezent verstörend, muss ich sagen. Das waren auch für mich unerwartete Enthüllungen und Entwicklungen, also keine Ahnung, was die da fabriziert haben in der Hinsicht. Und eins nehme ich auch wirklich persönlich, nämlich wie ich meinen ersten Podcast geschnitten habe, wurde auch mal kurz darauf angespielt und wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, total dämlich, dass du so dargestellt wurdest, als hättest du das erste Mal den Podcast wirklich mit der Schere schneiden wollen, weil du einfach nicht wusstest, was du da machst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das wusstest. Die Darstellung von mir, ja, ich kann nur so viel sagen, ich bin mit mir selbst im Reinen und ich habe Andis Familie auch noch nie irgendwie bedroht und habe das auch nicht vor. Von dem her, ich würde Andi immer sehr persönlich bedrohen, ja. Nie die Familie. Ich würde sagen, ja, der Paul ist einer der Jüngsten im Tele-Stammtisch, aber er hat die Schule schon abgeschlossen. Ja. Ja, wirklich. Und dann auch dieser krude Subplot, dass Andi ihn erst adoptieren wollte, um ihn umsonst beim Tele-Stammtisch arbeiten lassen zu können. Genau, dass so diese ganzen rechtlichen Voraussetzungen, ich meine, was ist das für Bullshit? Und kein Mensch, der so naiv ist, wie der im Film dargestellte Paul, kann überhaupt einen Film besprechen. Ja, es ist halt alles ein bisschen over the top, aber gewisse Sachen habe ich tatsächlich persönlich genommen. Da sprechen wir nochmal drüber, liebe Damen und Herren von TV-Stammtisch. Und abschließend vielleicht, es wurde ja schon in der Synopsis erwähnt, dass während Chef Andi da halt telefoniert, dass da draußen halt irgendwas im Gange ist. Und man weiß halt nicht so richtig, was ist das jetzt? Und am Ende kommt halt raus, ja, das sind halt Fans des MCU, die alle irgendwas machen wollen, weil irgendeine neue Marvel-Serie kommt. Das war dann auch eine etwas, ich möchte mal sagen, popkulturelle feindliche Sicht auf diese Dinge. Ja, generell, ich glaube, dass die Macher nicht sonderlich viel Ahnung von Nerdkultur haben. Die haben irgendwie mal zwei Episoden von dem Marvel-Cast gehört und dann alles danach ausgerichtet. Also fand ich auch nicht gut. Wobei, und das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum der Film letztlich ab 16 ist, ist halt, wenn halt dann zum Schluss diese Marvel-Fans halt, ja, Chef Andi ja wirklich vom Kuchen überfallen und halt regelgerecht zerreißen, fand ich schon ganz interessant. Vor allem, wenn man halt weiß, dass der Tele-Stammtisch halt angefangen hat, weil Chef Andi Justice League vorab sehen wollte, in der Presseaufführung hat, deswegen dieses Podcast gegründet, ist das halt wirklich unglaublich abysant. Ja, die waren dann auch hart, die Marvel-Fans waren auch hart getriggert von seiner Batman-Capitern. Das wollte ich gerade sagen. Ich meine, da ist es wenigstens konsistent. Ja, aber hey, der Andi hatte wenigstens noch Haupthaar, ne? Also den Schauspieler, den sie gefunden haben, als dann die Käppi ab war, ne? Naja, der ist ja jetzt erst wahrscheinlich, vielleicht ist es ja tatsächlich so passiert, dass ihm die Leute die Haare ausgerissen haben. Und dass es nicht so ist, wie er uns immer zu glauben, wissen, mögen, tun mag. Dass er einfach nur, ja, halt gern Glatze trägt. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt hier mal den Deckel-Druck machen. Und ich möchte noch unserem heutigen Sponsor danken, nämlich Andreas Prill, bekannt als Chef Andi, bekannt als Deppen Andi, der nämlich am 30.08. seinen Geburtstag feiert. Wir konnten nicht richtig ausklamüsern, wie alt er wird. Es gab Leute, die sagten 33, es gab Leute, die sagten, der ist schon seit allem Beginn der Zeit hier. Von daher vollkommen egal. Happy Birthday an unseren geliebten Chef. Bringe er uns ins gelobte Land. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit den weiteren Besprechungen des Tele-Stammtischs. Und dann darf der Max Adieu sagen. Und dann der Dominik. Tschüss. Dem Sinne sage ich auch Tschüss und zünde hier noch ein paar virtuelle Kerzen auf dem Kuchen an. Andi, lass ihn dir schmecken und ja, bis bald, ne? Ja, dann sage ich auch kurz und bündig alles, alles Gute und auf weitere Jahre sowohl deines Lebens als auch des Tele-Stammtisches. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtischs, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.